Oh, wie mache ich das denn? Idee. Aber es dauert einen Augenblick. So, pass auf. Einmal. Verdammt. Nein! Oh komm, das kann doch nicht angehen, dass das alles hier so... Naja gut, es ist halt ein bisschen auch Physik ausgelegt, ne? So, plopp. Geht's vielleicht so? Da kommen wir so auch nicht ran, ne? Nicht wirklich, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht reichen. Oder vielleicht doch? Warte. Ne. Das ist ja fies. Oder man macht's eben halt... Doch, komm. So, mit Anlauf auch nicht, ne? Und... Okay, pass auf. Andere Methode. Wahrscheinlich werde ich das dann im Schnellvorlauf machen müssen. dann... name... dem, dem, dem... Na komm schon. Dafür reicht unsere Zauberpower nicht aus hier. Okay. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Oh, wie fies. Ich bin da so dicht dran. Verdammt, ich will das nicht aufgeben. Na komm. Komm, so ja. Surf die Kiste. Ja! Haha! Juhu! Geht doch. Juhu! Oder geht's? Äh, ja. Und... Zack. So, hier haben wir, glaube ich, alles eingesammelt. Und dann kommen wir doch hoffentlich... Jaja, ich glaube, zu langsam sind wir da an dieser Stelle. Komm. Wieso kriege ich denn jetzt den hier nicht raus? Achso, wir müssen von der anderen Seite da hoch. Okay. Dann eben so. Und da hatten wir, glaube ich, alles, ne? Ja, okay. Ich bin ein bisschen... Da war wieder Feuer. Oh! Und? Komm. Jawoll. Aber hier hatten wir, glaube ich, alles aufgesammelt, ne? War mir auch so. So, kamen wir da irgendwie rüber? Nee. Jedenfalls nicht so einfach. Das bleibt ein bisschen umständlich. Ich weiß, man könnte auch mit Soja hier sich rüberziehen lassen. Au, 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 au. Aber wir machen es so. So, kommt schon. Was für ein fröhlicher, kleiner Frosch. Ja, fröhlicher, kleiner Frosch. Wie niedlich. Wie war das gleich nochmal? Wir müssen irgendwie... Wie war das denn? Genau, so war das. Wow. Huch. Und das ist nicht mal das Seltsamste, was ich in letzter Zeit gemacht habe. Hier waren wir aber schon, ne? Ja, hier waren wir schon. Sehr schön. Ja, ja, da waren wir überall schon. Hallo, ich will doch nur hier hoch. Wow, die ist rutschig, die Kröte. Hallo, ich will hier hoch. Danke. Und zack. Wow. Hallo? Was ist denn ein Ding? Wieso erwische ich die jetzt nicht? Aha, okay. Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber egal. Och, Mensch, das kann ja nicht sein. Boah. Jetzt. Danke. So, was ist, wenn wir den anderen aktivieren? Was war da nochmal? Gar nichts? Doch. Ich weiß nicht, ob wir schon Manieren beibringen hier, ne? Jetzt haben wir nur noch Bogenschützen hier, kann das sein? Gut. Moment. Gut. Haben wir es. Geht doch. Ach, das waren diese herunterfallenden Steine, ne? Ähm, nee. Runter. Geht nur hoch. Hä? Tatsächlich. Na gut. Dann machen wir es eben so. Das war doch so doof hier mit den Steinen. Wow. Ja, ich sehe schon da oben, es sind auch noch welche. Aber da komme ich, glaube ich, so nicht dran. Ärgerlich. So, wenn wir hier Schwung machen, was passiert dann? Gar nichts. Hm. Da kommen wir ja auch nicht hin, ärgerlicherweise. Hm. Na. Lass doch mal los. Danke. Okay. Was soll's. Das ist ärgerlich. Dafür haben wir die wenigstens noch mitgenommen. Wow. Wow. Wuhu. So. Das ist natürlich doof. Aber lässt sich nicht ändern. Oder vielleicht doch? Vielleicht doch. Warte, da unten ist wieder einer. Zack. Da unten war einer. Hier. Ähm. Hier sind wir wieder an der einen Stelle, wo wir zum Schluss gestanden haben. Aber. Das hat jetzt wieder meinen Ehrgeiz geweckt. Pass auf. Pass auf. Nein. 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 Verdammter Mist. Ärgerlich.